Meine Herren, wir sind zahlenmäßig stark unterlegen. Unser Feldtelefon ist auch schon wieder defekt. Gefreiter Werner, bringen Sie diese Nachricht an den Herrn Leutnant. Wir werden hier alle draufgehen. Sie sind unsere letzte Hoffnung, um zu überlegen. Wegtreten! Wegtreten! Herr Leutnant, wir brauchen dringend Artillerie-Unterstützung. Artillerie, Feuer! 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 Untertitelung des ZDF, 2020